Musik Mein Name ist Christian Vetsch, ich wohne in Scharenz und ich arbeite seit rund 20 Jahren in der HMQ AG. Ich bin verheiratet und habe zwei Töchter. In der Freizeit bin ich gerne in den Bergen, am Wandern, am Biken, am Skifahren oder auf Skitouren. Mit der Familie gehe ich gerne auf Reisen. Und ein weiteres Hobby ist die Lichtathletik. Als Mitglied des Zeitmesserteams bin ich zuständig für die Wittenmessungen. Einmal im Jahr gehe ich irgendwo an ein Meeting und geniesse dort die Atmosphäre, mitten drin zu sein bei so einem grossen Anlass. 2008 zum Beispiel, Paralympics in Peking, das war ein riesen Erlebnis für mich. Als Firmenteilhaber und Mitglied der Geschäftsleitung bin ich zuständig für die Abteilung Gebäudevermessung, Vermessung allgemein, Laserscanning und Geoinformation. Am Anfang bei HMQ war ich sehr viel auf der Baustelle. Das kommt mittlerweile praktisch nur noch vor. Meine Aufgaben sind jetzt mehr strategischer, organisatorischer und administrativer Natur. Die Erfahrung aus den ersten Jahren, als ich noch selber auf der Baustelle war, ist aber natürlich extrem wichtig zum Erledigen der heutigen Aufgaben. Strategische Überlegungen, wie wir den Betrieb weiterbringen, was wir in Zukunft an Infrastruktur, Material und vor allem an Personal brauchen, das ist ein sehr wichtiger Teil meines Aufgabengebiet. Wir betreuen alle Mitarbeiter sehr eng, vom Lernenden bis zum Abteilungsleiter. Das ist eine neue Arbeit. Abschuldigung, wenn wir in Zukunft an? Das ist eine neue noite. Erstens. Untertitelung. BR 2018